So, Roat, danke für den Sub-Gift. Ich würde sagen, ich esse jetzt ganz kurz 5 Minuten. Und wir können uns nebenbei ein Video anschauen zusammen. Maxim Elden Ring Videos sind ja wahrscheinlich auch Banger. Man sieht halt hier direkt, was ich sonst so für Videos momentan schaue. Chat, wie heißen denn? Was ist das denn für ein edited Ausschnitt, by the way? Satoru, genau. Aber Satoru, Satoru, weißt du, so? Ja. Da habe ich eh die letzten wir alle nicht gesehen. 3, 2, 1. Ich gehe in mein Mitte Backup. Oh mein Gott, Sinne. Er wird so sauer sein. Dann move, dann move. Botlin move da auch. Kann ich hier, ob die Leone da gehen? Komm mal, komm mal. Auch da brauchen wir auch keine. Das tut mir so leid, gell. Jesus Christ. Willkommen im Satoru Video. Geht's dir gut? Ja, mir geht's auch nicht gut, glaube ich, Leute. Okay, wenn er den Turm ultet, stelle ich mich, glaube ich, in den Turm einfach mit rein. Ich bin schon ziemlich insane, oder? Also, ich bin schon ziemlich insane, Freunde. Ah, die Wave ist da. Schnell. Nein, die Wave ist nicht da. Die Wave ist da. Dieser Clip, ey. Hallo. Der Typ aus dem... Was? Hat er nicht gemacht? Hat er nicht gemacht? Nein. Boah. Uff. Wir haben gespielt wie ein Löwe. Und wenn ich rauskomme, sind die so mattes. Hallo da. Oh mein Gott, das ist ganz Timmts hier. Das ist der Tudus, das ist so krass, by the way. Er spielt doch einfach jeden Playstyle so gut. Genau, man, ich bin OP. What the fuck? What is it my champion doing? Geil. You just can't die. Der Clip ist so illegal, by the way. Aber das ist nicht balance nicht, balance nicht, balance nicht. Das ist nicht balance nicht. Nein, 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 nein. Riot Games. Es ist so OP. Es ist unglaublich. Und wer rettet mich jetzt? Fünf. Vier. Drei. Und jetzt ist es tof. Nope. Nope. Oh mein Gott Nice Ich will hier rein Like for real though Juhuuu Mal kurz, mal kurz LOL Hihihihi Waa waa waaa waa waaa Junge Ohhhh Geil Alter. Alter. Oh mein Gott. Ich habe das absolut komplett geil gespielt. What? Einfach kurz der Rekordmeister aufgeblitzt. Ich habe das absolut komplett geil gespielt. Das war einfach perfekt. Ich bin so glücklich mit mir selbst. Ich möchte mich heute Nacht anfassen. Ich ihn auch. Sehr geil, Solo. Ich bin eine 10 ab. Ich bin eine 10 ab. Nicht sterben, Freddy. Das ist schöner Poke. Nicht sterben, Freddy. Call an ambulance. But not for me. Da ist der Finger. Da ist der No Way Finger. 4-10. Warte, was bin ich eigentlich für ein Bot dieses Game? Ich stehe jedes Game so. Das untermalt meine Ausseinser. Das ist ja schön. Timing ist ja so perfekt. Real Talk. Ich finde es total schwer, die Blast Cone aus dem Lauf so zu nehmen, dass du nur nach oben fliegst. Ich finde, das ist eigentlich schon fast eine Kunst. Das in der Bewegung genau da stehen zu bleiben, dass du senkrecht nach oben fliegst bei Hit. Bei normalerweise explodet die dich ja immer zur Seite. Ich finde es sehr schön. Wait, ich bin Ruffy? PogChamp? Geiles Video. Geiles Video wie immer. So, jetzt begeben wir uns wieder in die Untiefen des Supportens. Ich hoffe, ihr seid ready für feinstes Support-Gameplay in Platinello. Oh, wer ist mir hier in die DMs geslidert? Chat, wer war's? Ah! Nice, wieder Nudes von Beyond bekommen. Geil! Bist doch unser Sonnengott! Hallo! Vorsicht Spoiler! So, jetzt sind wir die, jetzt sind wir das, äh, äh, das kleine Kitten. Kani ist actually gut. Nisan, danke dir für den First Time Prime. Herzlich Willkommen. Vielen lieben Dank. Es ist mir eine Ehre. Äh, was waren wir? Äh, äh, Draven. Draven out. Ich hab actually wirklich immer wieder Bock, die Avatar-Serie anzuschauen. Ich glaub, ich kann Janni dafür nicht so begeistern. Ich hab's nicht gesehen. Ich glaub, ich hab's nicht gesehen. Und das ist das, äh, auch mal in die Töne. Ich hab's nicht gesehen. Ja, genau. Ich hab's nicht gesehen.